hallo und jetzt willkommen auf dem kanal ich möchte euch heute hier einen mod vorstellen der schon ein bisschen länger auf dem markt seiten 24 1 22 hier handelt sich um den fekel seile system organizer ja das ist eine coole sache für den gebraucht maschinen handel das ganze ja man kann da ein bisschen geld sparen wenn man hier auf extremen hier harten kurs spielt und ohne sheets natürlich kann man sich daher ein paar euro hier im spiel sparen ja das ganze ist hier die möglichkeit von ein und 15 prozent dass du hier den rabatt hast und ja ziemlich tolle sache wir haben hier die möglichkeit die angebote zwischen zwei und zweieinhalb tage dass wir sehen das ist schon mal auch eine tolle sache du hast ein bisschen längere zeit hier um dich darauf vorzubereiten falls du was tolles siehst und du hast auch hier eine höhere wahrscheinlichkeit bis zu zehn angebote gleichzeitig und es ist die wahrscheinlichkeit auch verdoppelt worden dass du hier besseres siehst wie wir sehen haben wir jetzt hier den ja deutsch war mit zwölf prozent also dass wir da sparen das ganze das ist eine tolle sache das tut denn das spiel hier natürlich hier dann berücksichtigt so wie jetzt hier dasteht wenn du jetzt da irgendwas anderes haben möchtest jetzt hier jetzt nur die reifenhersteller macht das jetzt noch nichts aber gehst jetzt hier auf andere bereifung drauf dann hast du hier schon mal ein aufpreis zu zahlen wie du hier siehst ja das gleiche ist jetzt hier natürlich hier bei unseren bedinger jumbo 120 hier das ganze sind so dastehen hast kostet hier kein aufpreis sobald jetzt die hier irgendwie eine option hinzufügt hast du natürlich hier mit ein aufpreis zu rechnen aber das wird dann auch irgendwie soweit ich weiß irgendwie natürlich noch berücksichtigt so ich es rausgelesen habe und das ist finde ich hier natürlich hier eine tolle sache jetzt habe ich den wort ja wie man sehen hier drin wir haben jetzt hier ein paar fahrzeuge mehr das ganze und ich finde es nicht schlecht wenn wir hier sehen hier locker ist hier fehlerfrei ich hoffe euch hat natürlich hier dieses kurze video natürlich hier gefallen wenn ja schaust du wieder rein würde mich freuen hiermit sage ich dankeschön fürs zuschauen bis zum nächsten mal euer franz ciao bis zum nächsten mal